Hallo, na was geht? Ihr könnt wahrscheinlich bereits an der Musik hören. Es wird wieder ein bisschen dumm. Heute spielen wir LOL mit den Augen. Um das zu gewährleisten, habe ich mir Tobi Eye Tracking gekauft und versuche es jetzt auszupacken. Naja, und dieses Gerät ist simpel wie genial. Man schließt das Ganze einfach an. Es gibt eine extra Software, mit der man nun eine Tastatureingabe mit den Augen machen kann. Die Geschwindigkeit bei dieser Eingabe lässt natürlich ein bisschen zu wünschen übrig. Und als ich das Ganze ingegend getestet habe, muss ich feststellen, damn, das ist ein kleines bisschen langsam. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt kommt der Gang. Warte, ach scheiße. So. Hallo. Hallo. Damit das Ganze also nun sauber funktioniert, habe ich mir gedacht, ich ersetze Links und Rechts Klick. Das bedeutet, wir spielen quasi mit den Augen und haben auf der Tastatur basically nur zwei Tasten. Und dann geht es los, meine Damen und Herren. Have fun. Wir können aber Viertelsticks auch mit den Augen auswählen. Ne. Lol. Wo du gar nicht mal Rechtsklick draufklicken kannst. Lieber den Augenband. Easy. Was hab ich denn eigentlich für ruhen? Ah, ist nicht so genau das Ding. Scheiße. Alter. Fehler. Phil. Ja. Also, ich fühle es gut. Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Was ist das? Oh, ich habe keinen Linksklick für den Shop. Oh, shit. Ah, ist da unten. Kauf es. Cool. Wir nehmen trotzdem eine Potion mit. Ne, ich habe da nicht hingeguckt. Gut. Okay. Äh. 30 Sekunden bis zum Minion spawnen. Scheiße. 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 Ahhhh. Ich komme nicht raus. Nein. Was? Das hat doch gezählt. Das hat doch gezählt. Junge. So. Muss reichen. Gut. Also, äh. Minions spawnen. Oh, fuck. W. Steuerung W. Okay. Also. Leer und rechts. Leute, die haben keine Zeit. Die sind Jungler. Ja, ihr helft mir. Ahhhh. Macht das Fenster weg. Du Bitch. Scheiße. Ich nehme erst mal eine Potion. Als Phil. Und wir haben die Blumen. Jungstart. Nicht. So. Wir machen ein bisschen Attack Move. Bisschen Kiting. Oder so. Oh, Alter. Die Kite Mechanics. So. Okay. Das war schon ziemlich anstrengend. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe eins gutes Gefühl. Und die Maus drauf ist alles gut. So. Wir schmeiten schon mal. Weil wir haben zu viel Smite cooldown. Oh shit. Der Yi. Der Yi. Ich habe ihn gesehen auf der Karte. Ich darf nicht auf die Karte gucken. Weil dann laufe ich da hin. Und weg. Bisher sieht das gut aus. Ah. So. Attack Move. Attack Move. Oh. Da greift er nicht. Warte. Ich muss erstmal da hinlaufen. Hin Kiten. Ah. Scheiße. Jetzt. Ja. Was willst du jetzt machen? Okay, Leute. Erster Gank. Würde ich normalerweise gerne machen. Wir gehen es mal da hin. Hör da hin. Lock Camera spielen ist aber auch wirklich nicht schön. So. Wir warten. Wir warten. Ich glaube mit der Ping ist hier nicht das Problem, Bro. So. Das Einkaufen ist hier das Problem. Kaufs. Ne. Ah. Ich kann es ja auch mit links liegen machen. Einmal rechts liegen machen. So. Und jetzt noch. Ein Schuh kann ich mir nicht holen. Dann mehr AP. Almost. Ich seh es nicht. Aaaah. Oh Jesus. Oh mein Gott, das wird einfach... Der wird mich doch reported. So, seid ihr bereit? Lauf! Mann. Ein Minion geführt. War nicht gut. Das Schlimmste ist, dass mir die Augen einfach so wehtun, weil ich nicht zwinkern darf. Oh, den kriege ich! Ja! Bester Spieler. Ich habe mir das so verdient. Jetzt geht das wieder los. So, jetzt machen wir gleich mit dem Rechtsklick. Ha, äh, äh, äh. So, und hier, wir gehen schön... Wir machen schön Schulden. Junge, ich gucke auf das Kreuz. Ich kriege eine Meise. Ich... Ey! Ey, wo soll ich hin? Oh, Gott sei Dank. Schaffen wir hier das Powerplay? Warte. Ja, beste Spieler. Ja. Es ist nicht einfach. Ich gebe es zu. Es ist wirklich nicht einfach, Leute. Ich will dir helfen. Aber ich weiß nicht wie. Warte. Vier. Scheiße. Okay. Warte, warte, warte. Q? B. Sehr, ja, jetzt, jetzt habe ich es. Ja, beuge dich. Jetzt noch, jetzt noch ein Smite. Ja. First Try. Acht Sekunden warten wir. Oh, fucking shit. Der kann nicht, konnte nicht warten. Wir probieren es trotzdem. Der hat nicht so gut geklappt, wie ich es mir erhofft habe. Oh, da ist Telle. Ja, ja, QTF, Alter. What the fuck? So, okay, wo kann man einkaufen? Ich glaube, ich habe schon mehr keinen Sohn, by the way. So, und weiter geht's. Ah, ich habe ganz woanders hingeguckt. Der ist gut. Ja. Ich bin wirklich worthless. Schnacke, Fritze. Du hast recht. Ich meine, ich habe fast zwei Kills geholt. Oh, oh, oh. Run. Fiddle, run. Let's power play. Oh, shit. Egal. Hier würde ich mich niemals kriegen. Oh, shit. Ich bin kein Loser. Ah. 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 Ha. Ah, weggucken. Ja. Das war schon ziemlich gut. Da können wir den da unten abholen. Da haben wir noch irgendwo hingucken. Ah, ich kann nicht. Ich gucke auf die Map. Ah, fast habe ich geholfen. Power play. Okay, die könnten jetzt kommen. Könnte da jetzt leichter Escape fehlen. Ich muss nur, ich muss nur sauber smiten. Das kriege ich hin. Ich habe den Drake. Ich denke, das Auge entscheidet. Ich würde gerne, ich würde gerne wählen. Ah. Oh. Too late. Ah, shit. Oh. Oh. Oh, ich habe den richtig schnell gemacht. Ja, es ist. Das war richtig gut. We have still a chance to win. Oh. Ich konnte nicht klicken. Ich denke hier. Oh. Er war cool. Er stayed auf jeden Fall cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir tun die Augen weh. Die brennen wie Ast. Und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber not like this. Ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal.